1.000 für den Imperator Der YouTube-Kanal In Kooperation mit PK Pro Und Games Island Hallo und herzlich willkommen zu 1.000 für den Imperator Mein Name ist Gregor und Wir haben heute de facto ein Let's Talk About Aber nicht mit Stefan, nicht mit Anna, nicht mit Jörg Nicht mit Karl, Kevin oder jemand anderes aus dem Team Sondern ich habe externe Gäste und ich bin nicht mal bei mir zu Hause Hallo René, hallo Genie Hi Hey Gregor, ja, dankeschön, dass wir da sein dürfen Bei euch zu Gast auf dem Kanal Genau, bei uns auf dem Kanal, aber bei euch im Studio Ja, stimmt Die ideale Kanalprooperation Das stimmt eigentlich Beides genutzt Ich bin ja eigentlich wegen eurem Kanalgeburtstag Jetzt über das Wochenende bei euch Wir haben das Quiz auch zusammen aufgenommen Und bisher live gestreamt Und wollten die Gelegenheit nutzen Irgendwie endlich mal auch zusammen mehr was zu machen Gemeinsame Videos zu machen Aufgrund der Entfernung Ist ja sonst immer so ein bisschen schwierig Genau, das ist gerade bei Tabletop Finde ich immer so ein Thema Analoges Hobby Und du bist aber weit auseinander Ja, danke Genau das Das ist so ein Problem einfach Genau Und der Tabletop-Simulator ist zwar toll Aber der funktioniert halt ja für ganz viele Spiele Nicht so richtig gut Und es fehlt dann doch was Da fehlt der Flair Also für mich Ich bin da einfach Tabletop-Simulator Jeder, der es mag Der spielt cool Aber für mich ist es einfach Für bestimmte Spiele funktioniert der für mich Also für Infinity funktioniert der für mich super Für die ganzen Games Workshop-Systeme Ist der nicht geeignet Die sehe ich ähnlich Auf jeden Fall Aber Tabletop-Simulator soll ja heute gar nicht bei uns Thema sein Genau Sondern es soll heute tatsächlich um Games Workshop gehen Und zwar nicht irgendwie Kritik-Video So Games Workshop ist doof, weil das sind sie nicht Sondern eher Games Workshop hat so viele Spielsysteme Also neben den Hauptsystemen haben sie ja mittlerweile eine ganze Menge Nebensysteme Und es soll ja eher darum gehen Was Also macht mehr Spaß Ist immer subjektiv Aber Ist es vielleicht sinnvoller Sich eher Auf die Nebensysteme zu konzentrieren Oder eher zu gucken Was bieten die einem Statt so die Die Hauptprodukte 40k Bzw. Age of Sigma Als aktives Spielhobby zu betreiben Also ich glaube da kann ich direkt mal Also das Ding ist halt Da muss man immer ein bisschen schauen Aus welcher Perspektive man da redet Weil Ich mache das Hobby jetzt schon relativ lange Und ich finde die Nebensysteme sind immer so eine gute Sache Um mal so So einen Durchatmer zu haben Irgendwie mal zu sagen Okay man ist jetzt irgendwie die ganze Zeit in diesem 40k Oder in dem AOS-Trott oder sowas Ist man so drin Und ich will jetzt mal irgendwie was Neues Was aber jetzt nicht direkt ein neues System ist Sondern was irgendwie noch so In diesem ganzen Warhammer-Kosmos spielt Und deswegen Also es sind für mich die Nebensysteme Schon sehr relevant Aber halt Namentlich genau das Halt einfach Nebensysteme Weil Ja Die sind von der Also ich sag mal so Gut Necromunda ist Sehr komplex Und es gibt Leute Die spielen auch nur Blood Bowl und so Aber Für mich ist es irgendwie immer so Vielleicht auch wegen der Vermarktung Dass ich da immer so das Gefühl habe Ist es nur ein Nebensystem? Ja Also ich glaube das ist tatsächlich noch so ein Überbleibsel Aus der Zeit Und offiziell nennt Games Workshop Diese Nebensysteme Immer ihre Specialist Games Ja Spezialsysteme Das spielt in die Vermarktung natürlich massiv mit rein Sie haben für mich immer den Vorteil Dass sie die Hauptsysteme von der Spielwelt aufgreifen Das bedeutet Wenn man in die Nebensysteme geht Spielt man trotzdem in derselben Welt Wie die Hauptsysteme Wie die Hauptsysteme die man kennt Aber die Einstiegshürde ist tatsächlich in meinen Augen Für die Nebensysteme viel viel niedriger Ja Das sind eigentlich viel viel einsteigerfreundlicher Weil du A Vier kleinere Armeen brauchst Weil Necromunda Warcry Es reicht halt eine Box mit zehn Modellen Du kannst spielen Oder kaufst dir halt zu zweit Irgendwie die Startbox Hast noch Gelände drin Ole Ole Bist fertig Brauchst auf ein halbes Jahr hin Nichts anderes Keine zusätzlichen Bücher Und Also ja Auch wenn Necromunda Mittlerweile recht komplex geworden ist Durch die ganzen Gangbücher Die Anzahl an Schichten An Regelschichten Ist trotzdem deutlich geringer Als bei den Hauptsystemen Gerade auch weil viel weniger Publikationen dazu erscheinen Oh krass Das hätte ich jetzt bei Necromunda nicht gedacht Dass das so ist Also weil ich habe nämlich so ein bisschen So das Gefühl Dass so bei den Ich sage jetzt lieber Specialist Games Weil Nebensysteme Nebensysteme ist trotzdem nicht falsch Genau Aber fühlt sich so abwertend an Weil ich kenne ganz viele Leute Die spielen nur Blood Bowl Oder sowas Und dann irgendwie zu sagen Du spielst nur Nebensystem in meinen Augen Ist irgendwie ein bisschen komisch Ne aber ich finde Dass die bei den Specialist Games Aber dann oft hingehen Oder zumindest so Es ist zwar anfängerfreundlich Aber Dann kommen da irgendwie immer so Sehr viele so Halt auch spezielle Regeln drauf Also Und dann weiß ich manchmal nicht so ganz genau 100% Wo ich dann jetzt noch anfangen soll Ich finde ein bestes Beispiel Ist da Necromunda Weil klar Es gibt auf jeden Fall diese Hive War Box Genau Aber irgendwie Also ich kann es jetzt nur Ich habe zwar Necromunda schon hier Weil wir das irgendwann mal Auf dem Kanal machen wollen Aber bis dahin Keine Ahnung Das bleibt jetzt erstmal noch verpackt Aber so wie ich das zumindest Diese zwei Spielerboxen Die sind für Leute Längerfristige Längerfristige mit einer Kampagne verknüpfen Dann musst du dir halt de facto irgendwann zusätzliches Buchmaterial kaufen Auch nicht so viel wie es jetzt zum Beispiel bei 40k notwendig ist Aber dann brauchst du ein Zusatzprodukt Um das machen zu können Aber das was an Regeln in der Hive War Box Und auch in den vorherigen Startboxen drin war Das reicht tatsächlich Damit du komplett Necromunda mit dem vollen Regelset spielen kannst Weil alles andere was drin ist Ist sozusagen die zusätzliche Ebene Kampagne Selbst die gangspezifischen Regeln Die in diesen Gangbüchern drin sind Sind eigentlich nur relevant Wenn du das Kampagnen Spiel machen willst Aber wie steht es eigentlich bei dir Jenny? Ich bin bei diesen Specialist Games immer so ein bisschen Ja, so ein bisschen zwiegespalten Weil einerseits lasse ich mich dafür immer extrem schnell hypen Weil ich mir halt auch eben denke Es sind nicht viele Figuren Du kannst da schnell was aufziehen Und an sich Ich habe, glaube ich, bis auf Necromunda Ja, bis auf Necromunda Habe ich jedes Specialist Game von Games Workshop schon mal gespielt Und jedes hat mir tatsächlich super viel Spaß gemacht Das Einzige, was mich wirklich eigentlich immer ärgert bei diesen Systemen ist Dass ich, ich habe Angst sie anzufangen Weil entweder bringt Games Workshop wirklich super unregelmäßig dann Sachen dafür raus Wie jetzt zum Beispiel Titanicus Oh ja Wir haben Titanicus angefangen Wir haben uns direkt super viele von den Knights gekauft Und waren so, oh, mega Und dann kam jetzt gefühlt irgendwie eineinhalb Jahre nichts raus Jetzt kam mal endlich wieder was Wir sind immer so zu Tröpfchen Ja, aber jetzt war der Hype halt dann auch irgendwie schon wieder abgeklungen Weil jetzt war so, jetzt hat das irgendwie zwei Jahre in der Kiste gestanden Und oh, jetzt kommt mal wieder was Aber ja, wenn ich mir das jetzt hole, wann kommt dann wieder was Oder auch Warcry Als damals Warcry rauskam Da habe ich mir die Starterbox geholt Habe das zwei, dreimal gespielt War so, oh, das ist eigentlich richtig cool Und dann war es auch erst mal relativ wieder on freeze Dann kamen ja wieder diese paar anderen Gangs dazu Und dann kam das letzte Mal was für Warcry Vor kurzem Warcry Praktisch nicht das General Ascent Book Was ja für H.O. Sigma ist Sondern ähnliches Äquivalent Mit den ganzen Sachen, die im Laufe des letzten Jahres In World Dwarf Ausgaben gekommen sind Immerhin immer Oder auf der Warhammer Community Seite Die Sachen fassen sie alle einmal im Jahr In praktisch diesem Extrabuch zusammen Wo du sagst, okay, ich muss mir halt nicht alle White Dwarfs kaufen Ich muss die Artikel auf Warhammer Community gespeichert haben Das ist nämlich die zweite Sache Die mich bei diesem Specialist Game immer tierisch aufregt Ist, dass es gut ist, dass sie jetzt am Anfang Das mal irgendwie so in Companions zusammenzuführen Aber auch gerade als wir angefangen haben mit so Necromunda zu spielen Oder Aeronautiker Boah ja Wenn du nicht von Anfang an dabei warst Hast du verloren Und die Karten gesammelt hast Die direkt immer rausgekommen sind Weil die nicht nachgebrochen werden Die einfach nicht mehr verkaufen Kannst du das nicht spielen Und das verstehe ich nicht Games Workshop, wenn ihr ein Spiel rausbringt Wo ihr sagt, hey, das ist jetzt ein offizielles Specialist Games Und nicht wie früher diese Boxed Games Wie zum Beispiel Lost Control Die einfach nur als Brettspiele rauskamen Damit du zu einem günstigeren Preis Miniaturen verkaufen kannst Ich erinnere mich da immer ganz gerne an diese Gangs of Comorock Box Mit den Elder und Dark Elder Bikes Die quasi 45 Euro gekostet hat Und du irgendwie, keine Ahnung, 80% gespart hast Ja, die war komplett gekrankt Oder diese Fliegerboxen, wo du immer zwei große Flieger drin hattest Das waren halt, das waren ja keine Specialist Games Mit den zwei Knights drin Ja, genau Ich bin froh, dass sie davon halt auch so ein bisschen weggehen Und halt sagen, ja, wir bringen jetzt nicht einfach nur unnötige Brettspiele raus Sondern wir machen wirklich wieder Specialist Games Ich glaube, das hat erst richtig angefangen Erst wieder mit Blood Bowl Richtig Ich glaube, 2016 oder 2017 kam das raus Und erst dann haben sie überhaupt angefangen Die Specialist Games wieder Ja, Blood Bowl war das Erste Was die überhaupt wiederbelebt haben Und dann angefangen haben Ja, war ja cool Dann kam Necromunda Dann kam dann ja wieder Titanicus Irgendwann können wir wahrscheinlich auch noch mit Epic rechnen Oh, dann haben die aber in den vier Jahren wirklich viel rausgebracht Ja, also Das Nebensystem, was tatsächlich gefühlt am besten supportet wird Ist tatsächlich Necromunda Ja Weil einmal im Quartal kommt ein neues Produkt Ja In den meisten Fällen in den letzten zwei Jahren waren das jeweils die Gangbücher Die halt tatsächlich viel zusätzlichen Inhalt geliefert haben Ich meine, ich habe irgendwie, weil ich als Jungspund damit angefangen habe Die erste Edition Necromunda Da gab es halt genau zwei Bücher Das aus der Grundbox und das aus der Outlaw-Erweiterung Das war's Mehr Fluff hast du nicht bekommen Den Rest musstest dir so ein bisschen aus der Finger ansaugen Es gab ein paar Romane, das war's Jetzt haben es tatsächlich so Sie haben dieses Grundbuch Sie haben damals die Dark Uprising Box Wo sie praktisch diese kannibalen Kornkultisten gekriegt als Gang Die ein eigenes dickes Buch gekriegt haben Die Gangs haben alle eigene Bücher Wo in jedem der Bücher 40 bis 50 Seiten nur Hintergrund drin ist Das bedeutet, sie erweitern diese Spielwelt auf eine kluge Art und Weise Es macht Spaß, irgendwie sich einzulesen Ist ja praktisch wie ein Kodex dann, ne? De facto ja, genau Und du merkst, dass sie bei den Spezialsystemen Gefühlt sind sie experimentierfreudiger So probieren A, Regelmechanismen aus Und B, sie probieren auch Sachen im Lore aus Die im großen 40K-Kontext nicht funktionieren würden Weil sie eine zu starke Veränderung beinhalten Und so abwertend das klingt Der übliche 40K-Fan ist gegen Veränderung Stagnation ist das, was er will Ja, das stimmt Das ist auch Thema des Imperiums generell Ja, natürlich Adeptus Mechanicus, bloß nichts Neues Genau das Wenn dann nur alte Sachen neu entdecken Aber gerade mit den Regelmechanismen Das stimmt halt wirklich Also gerade Ich kann jetzt da nur so bei Titanicus zuerst betreten Aber die haben abwechselnde Aktivierungen Ja Die sind einfach in 2015 angekommen mit dem Spiel Das ist unfassbar Ja, ich hoffe, dass wir das irgendwann auch mal auf die Hauptsysteme machen Aber es ist ja auch eigentlich Ich sag mal jetzt nicht dumm Spielmechanismen, die das bestehende Spiel ja schon sehr ändern Wie halt zum Beispiel abwechselnde Spielezüge Erstmal zu testen und zu gucken, wie nimmt die Community das Ganze auf Ich wünsche mir Ich wünsche mir, dass wir den Hauptsystemen möglichst bald in der nächsten Editionen Wirklich auch abwechselnde Spielinteraktionen bekommen Weil es ist halt wirklich nicht mehr up to date Du hast eigentlich wirklich in fast jedem aktuellen Tabletop-System Abwechselnde Interaktionen Nur nicht bei den Games Workshop-Systemen Deswegen hoffe ich, dass sie das auch bald machen Aber was ich auch auf jeden Fall noch mal reinwerfen will Ist bei, ich glaube ja wirklich jedem Specialist-Game Was mich auch tierisch ärgert Ist diese Verwurschtelung mit Forgeworld Dass ich mich extrem gefreut habe Bei Aeronautica endlich eine Kunst zu bekommen Nur um festzustellen, dass ich sie nur bei Forgeworld kaufen kann Zu preisen Die ich nicht Die nicht zu rechtfertigen sind Die ich nicht bereit bin zu bezahlen Ich sehe das ähnlich Tatsächlich nehme ich da witzigerweise mittlerweile Zumindest wie ein Necromunda Ein Wandel war bei Games Workshop Du hast lange Zeit Diese Waffen-Bit-Sets für die Gangs Die waren halt immer Forgeworld Immer Resin Gussqualität von Forgeworld Kann man komplett eigene Videos zumachen Und sich aufregen Und mittlerweile haben sie die ganzen Waffenerweiterung-Sets Das ist ja im Endeffekt nur so ein Blister mit Gussrahmen Gibt es mittlerweile alle in Plastik direkt von Citadel Ja, und das ist auch richtig so Also sie haben trotzdem noch ohne Ende Praktisch alles, was mal irgendwie besondere Modelle sind Für alle Fraktionen sind immer noch Forgeworld Gussqualität immer noch aus der Hölle Aber so Sachen, wo man sagt Es ergibt keinen Sinn, dass sie das nur bei Forgeworld macht Sondern ich will meine Gangs umbauen können Und ich will halt nicht Resin mit Plastik kombinieren müssen Da haben sie anscheinend angefangen umzudenken Was ich gut finde und auch notwendig finde Weil der Anteil an Leuten, die bei Forgeworld kaufen Klar, der ist in den letzten zwei Jahrzehnten massiv gestiegen Also seit du halt einfach online bestellen kannst Ja, mit Paypal Und es halt auch wirklich in der Woche ankommt Du brauchst keine Kreditkarte Genau, die Kreditkarte war die größte Hürde Ja, das stimmt auf jeden Fall Und dann bei Forgeworld bezahlen mit Paypal 14 Tage später Ja, weil das kommt ja auch wirklich eine Woche später Ich habe mir ja im Januar ein paar Kostodessachen bestellt Und die waren halt schnell da Das war halt früher so der unerreichbare Traum Und ich sag mal, wenn man halt zumindest auch so Wie bei Necromunda halt nur so ein paar besondere Modelle Dann halt bei Forgeworld hat Oder bei Blood Bowl ja auch so die Starplayer Genau Okay Aber das ist halt teilweise wirklich Wie bei Necromunda Nicht wie bei Necromunda, bei Aeronautica Die Fraktion, die ich gerne am liebsten spielen wollen würde Ausschließlich da gibt Das ist halt, das verhindert halt Dass Leute in ein System einsteigen Weil die Einstiegshürde automatisch angehoben wird Ja, weil ich habe damals eigentlich immer zu René gesagt Weil René wollte Aeronautica eigentlich schon zu Release haben Und ich habe gesagt Nee, die Startfraktion gefallen mir nicht Komm, wenn Elda und Necrons rauskommen Dann machen wir das Ich meine, mittlerweile haben wir schon vorher einfach angefangen Weil die Tauben ja eigentlich auch gut gefallen haben Aber hätte ich das beibehalten Und gesagt, nee, ich fange das erst an Wenn Necrons kommen Und dann werden die Necrons jetzt gekommen Ich hätte jetzt nicht angefangen Richtig Ja, das stimmt Aber apropos anfangen Ich meine, wir reden ja jetzt über Specialist Games Aus der Perspektive von jemandem Der ja fest im System drin ist Ja So, aber wenn jetzt jemand neu anfängt Sagen wir einfach mal Wir haben jetzt Jonas Jonas ist Praktikant Der Ende April bei uns anfängt Genau Der, der die Box gewonnen hat Genau Und Jonas kommt jetzt hier hin Und sagt Leute, ich brauche ja ein Projekt für mein Praktikum So Dann ist ja eigentlich Wäre das naheliegendste zu sagen Mach eher irgendwie ein Specialist Game Absolut Die sind mit einer niedrigeren Einstiegshürde Versehen Ja, sie haben andere Teilweise andere Regelmechanismen Als die Hauptsysteme Was aber für jemanden Der erstmal einfach Niederschwellig einsteigen will Überhaupt nicht schlimm ist Weil der keine Vergleichsmöglichkeit hat Und damit sieht der halt auch nicht so Das funktioniert ja völlig anders Und nee, der kennt nur das Was an der Stelle auch tatsächlich in Ordnung so ist Und die Grundinvestitionen Gerade wenn jetzt so In Anführungsstrichen Jüngere ins Hobby einsteigen wollen Die halt nicht sagen können Ja, um spielen zu können Muss ich erstmal 300 Euro investieren Um meine Fraktion ansatzweise auf den Tisch stellen Sind wir auf den Tisch stellen zu können Plus ich brauche irgendwie vier verschiedene Bücher Weil irgendwie die Profile mit drei, vier Kampagnenbänden Verändert worden sind Turaniden Turaniden Ja Das ist Da muss ich aber sagen Dass eigentlich die Realität relativ anders aussieht Weil eigentlich sehen diese Specialist Games Super attraktiv für Anfänger aus Und für Einsteiger besonders Weil gerade auch so eine Hier war immer Underworlds Box Kostet ich glaube 55 oder 60 Euro Und du kannst direkt mit zwei Leuten spielen Du hast alle Regeln drin Alles wunderbar Aber wir haben ja selber knapp drei Jahre Bei Games Workshop gearbeitet Und ich kann mich jetzt spontan wirklich nicht erinnern Dass ich wirklich einen Neueinsteiger hatte Gerade auch vielleicht jüngere Leute Die mit Nebensystemen gestartet sind Weil einerseits Erstmal trimmt GW natürlich die Mitarbeiter darauf Dass man die Einsteiger direkt zu den Hauptsystemen leitet Natürlich, weil da der langfristige Profil liegt Genau Da werden mehr Boxen verkauft Eigentlich will Games Workshop ja nicht Dass du eine Box kaufst und damit zufrieden bist Und lebst und dein Hobby machst So funktioniert das nicht Nein Aber auch Tatsächlich Warum ich es auch glaube ich nie jemandem aktiv vorgeschlagen hätte Ist Es fehlt die Spielerschaft Ja Also wenn du nicht gerade selber Leute mitziehst Die das direkt mit dir machen Wie zum Beispiel so eine Zweierstarterbox Wie bei Necromunda etc Ich meine inzwischen ist das Ganze ein bisschen verpreiseter Gerade auch hier in Köln haben wir diverse Tabletop-Läden Wo man auch für die Specialist Games durchaus Leute findet Aber wenn ich da gerade so in unsere Games Workshop-Zeit zurückdenke Wären da vielleicht ein, zwei Leute gewesen Diesen Pro-Specialist-Game wo ich sagen könnte Ja die könnten das mit dir spielen Wenn die dann natürlich zufällig genau dann da sind Wenn du auch kannst Für die Hauptsysteme hast du viel mehr Mitspieler Und wenn du gerade alleine in das Hobby einsteigen willst Dann findest du mit einem Specialist-Game Sehr wahrscheinlich weniger Mitspieler Als halt mit einem der Hauptsysteme Bei den meisten Sachen gebe ich dir recht Wo ich tatsächlich nicht zustimme Weil das einfach ein gutes Beispiel ist für Jemand ist im Hauptsystem drin Der zuckt halt mit den Schultern Und holt sich eine Box dafür Ist tatsächlich Underworlds Weil das halt so niederschwellig ist Du hast eine Box Da sind alle Figuren drin Das sind auch noch individuelle Skypes Die halt auch in den Hauptsystemen Gar nicht auftauchen als Skypes Die gibt es ja nur in diesen Banden Ja Und wo dann jemand sagt Ja gut Der Neueinsteiger hat sich diese Praktisch zwei Spieler Starterbox gekauft Mit irgendwie einer Bande Die er spielen will Ich kaufe mir halt irgendeine Bande Die mir visuell gefällt Und ich kann einfach mit dem spielen Ja Ohne eine Zusatzinvestition In einer Größenordnung zu machen Die mir Geld wegnimmt vom Hauptsystem Weil irgendwie so eine Bande kostet Ich glaube 35 Euro oder was Ich glaube sogar weniger Also das ist auf jeden Fall Das ist so ein Ich sage jetzt mal So ein Snack Genau Ja das stimmt Also das ist tatsächlich dann das System Wo ich sage Da findet man vermutlich noch relativ schnell Auch einen von den alten Hasen Der dann sagt Ach ja warum eigentlich nicht Steht im Laden Guckt sich an welche Banden es gibt Sagt so Ja komm die nehme ich jetzt Ich packe sie hier aus Snapfit Ich stecke die zusammen Und wir können sofort spielen Ja Weil ich nichts kleben muss Ich muss mich nicht durch ein dickes Regelbuch wälzen Ich habe den ganzen Kram als Kartenmechaniken Ich habe das Spielbrett fertig auf dem Tisch Wir können sofort Also wir können 20 Minuten spielen Aber das hat sich auch wieder dann so Dieses Gefühl von Nebensystem oder nicht Natürlich Also weil Ich wollte das Wort nicht in den Mund nehmen Aber dann fühlt sich das doch wieder so an Wenn es nur so Wenn es quasi so snackig ist Und dann stelle ich das auf Und dann spielen wir so ein bisschen Und dann haben wir beide unsere vier Figuren oder sowas Also ich weiß auch nicht Irgendwie erfüllt das für mich nicht so Dieses Gefühl von Tabletop So richtig Ich glaube die Wahrnehmung unterscheidet sich Zwischen uns beiden an einer sehr sehr simplen Sache Für euch sind Soweit ich euch wahrnehme Auch bei euch mit dem Kanal Sind die Hauptsysteme halt auch das Was ihr hauptsächlich spielt Jemand wie ich Der die Hauptsysteme Also ja Age of Sigmar spiele ich mittlerweile 40k spiele ich mittlerweile gar nicht mehr Das bedeutet Ich habe gar nicht den Fokus auf diesen großen Systemen Sondern das was ich Ein Großteil meiner Hobbyaktivitäten spiele Sind Skirmisher Also mit sowieso wenig Figuren Und damit fühlen sich diese Nebensysteme Die eben auch so wenig Figuren haben Weil es auch eigentlich Skirmisher sind Oder halt mit Hexfeld basiert Bei Warhammer Underworlds Fühlen sich nicht so nebensystemig an Weil es eine Größenordnung ist Die ich sowieso aus meinen Haupt Hobbyaktivitäten gewöhnt bin Und ich glaube da kommt dann die Wahrnehmung her Dass das eine nur so ein Snack nebenher ist Und das andere das Richtige Also ich sag mal da kann man ja auch nochmal sehr zwischen Specialist Games unterscheiden Weil ich finde zum Beispiel so Warhammer Underworlds Fühlt sich für mich halt persönlich sehr viel nebensystemiger an Weil es halt natürlich auch sehr viel kleiner und unflexibler ist Wenn du jetzt natürlich dir so Necromunda oder auch Killteam anguckst Das ist schon Da spielst du natürlich trotzdem auf viel größeren Flächen Du bist sehr viel flexibler Du musst richtig deine Liste bauen Du kannst super viel in den Waffenoptionen machen Du kannst Szenarien spielen Und im Endeffekt ist es ja bei Underworlds immer nur Du hast dieses kleine Feld Du hast immer deine feste Band Wenn du die Band spielst Dann hast du auch immer genau diese Figuren Klar du kannst deinen Deck ein bisschen umbauen Und spielst halt die paar Missionen die du spielst Das ist mehr brettspielig als jetzt halt sowas wie Necromunda und Killteam Ja das ist Ich glaube das ist Da habe ich ganz gut mein Gefühl Was ich hatte Genau Dass sich Underworlds nicht so Tabletopig anfühlt Weil zum Beispiel Ich spiele auch Infinity Und so was Und Infinity Natürlich fühlt sich Infinity für mich nach Tabletop an Weil es halt ein Tabletop ist So Und ich glaube das ist das Ding Ich kann da nicht so eintauchen Und ich glaube dieser Eintauchfaktor Der ist schon Also der ist mir so super wichtig Und wenn der nicht da ist Dann Ja es ist nachvollziehbar Weil irgendwie das eine ist halt eher Als Brettspiel Genau Also in diesem Endeffekt ein Hybrid Du hast halt die Figuren Die du zusammenbauen musst Und natürlich soll das so ein bisschen Die Einstiegsdroge glaube ich auch sein Und du sagst Oh Moment Es gibt da eine ganze Fraktion für Mit vier mehr Modellen Wo ich aber die vier Modelle Die ich habe Drin wiedererkenne Dann ist das für mich der Einstieg In Age of Sigmar Warcry funktioniert ja An vielen Stellen ähnlich Seit sie die Hauptfraktion Spielbar gemacht haben In Warcry Und das ist glaube ich auch Tatsächlich so gewollt Dass man sagt Gut Machen wir mal ein bisschen Kohle Mit Leuten Die eigentlich keinen Bock Auf Tabletop haben Und auf das ganze drumrum Aber andererseits ziehen wir mit dem Niedrigschwelligen Einstieg Auch Leute nochmal rein Die dann vielleicht In die Hauptsysteme wechseln Und was ich tatsächlich Warnig mal so gerade bei Warcry und Necromunda Blood Bowl Habe ich seit Jahren nicht gespielt Da kann ich nicht einschätzen Wie sich die aktuelle Edition spielt Die sind tatsächlich Im Balancing Der Fraktion Einfach natürlich Weil es weniger Modelle sind Und du nicht so eine riesige Bandbreite an Produkten hast Deutlich ausgeglichen Also ich habe nicht das Gefühl Dass es bei Necromunda Eine Gang gibt Die halt mit jeder anderen Fraktion Curbstomping betreiben kann Ist nicht Also ich habe zumindest mal gelesen Korpsgrinder halt Die sind im Nahkampf Total schlimm Aber das einzige Was die an Schusswaffen haben Sind Pistolen Das bedeutet Eine Wansar Gang Die halt einfach völlig Auf Fernkampf ausgelegt ist Schießt die Wenn die Würfel mitspielen Schießt die zum großen Teil In Stücke Bevor die ankommen Okay Aber da kommt es ja Dann auch wieder Auf Szenario an Es ist völlig Szenarioabhängig Und Necromunda Liegt ja deutlich Stärker Szenariobasiert Wenn du halt Nicht irgendwie Die Missionsziele holst Kannst den Gegner Noch so sehr In Stücke schießen Verlierst halt am Ende Nach Punkten Und in der Kampagne Sind tatsächlich Die Szenarien Wichtiger Als einfach Die gegnerische Gang Zusammen zu schießen Okay Das kann ich auf jeden Fall verstehen Aber jetzt ist Jetzt ist ja immer noch Das Ding Wenn ich also jetzt Neu mit Tabletop Anfange Dann Dann bin ich ja jetzt Immer noch nicht schlauer Eigentlich Also ich habe ja jetzt Das heißt Ich muss ja als Wiedereinsteiger Oder Neueinsteiger Abwiegen Will ich jetzt Quasi Will ich jetzt Irgendwie so ein Kleineres Spiel spielen Mit weniger Ausgaben Also weniger Kostenintensives Spiel Das allerdings Weniger Reichweite hat Sag ich jetzt mal Also ich sage jetzt mal Das macht mir nicht so Für das Specialist Game Armee Leichter Und du greifst Endlich mal in Plastik Weil wir beide im Endeffekt Einsteiger für dieses Nebensystem Sind ich habe halt einfach nur schon die Figuren Warcry oder Killteam nehmen Einsteiger das Hobby zu machen Weil du nicht mehr so Ja und jetzt habe ich ja das große Spiel Und ja wenn ich nicht so viel Zeit habe Kann ich halt immer noch 500 Punkte spielen Wo das Spiel einfach nicht drauf ausgelegt ist Das ist auch Sind wir halt mal ehrlich Die Games Workshop Hauptsysteme sind Für nicht mal mehr Ja unter 1000 Punkten ausgelegt Also eigentlich Es funktioniert nicht mehr Also eigentlich ist es wirklich so Alleine wenn du die vorgeschriebene Kartengröße spielst Also ich weiß nicht genau wie sehr dich da ausgingst Ich kriege es halt mit Okay Also es ist wirklich schlimm Also auch dass 1000 Punkte fällt Also du musst eigentlich 2000 Punkte spielen Damit es sich wirklich wie das Spiel anfühlt Weil sonst hast du einfach Manche Einheiten sind einfach auf 1000 Punkten so im Balance Weil die zu schnell sind Oder ne Oder sonst irgendwas Und ich muss jetzt Wollte ich jetzt mal Wirklich ganz ehrlich sagen Wenn ich jetzt zum Beispiel Also Kashi ist ja jetzt bei uns auch auf dem Kanal So ab und zu mal als Gast da Die macht so ein bisschen Infinity Die ist jetzt aber Hat noch nicht so 100% diesen Sprung gewagt Aber ich würde niemals Oder ich würde generell wahrscheinlich Aus meinem näheren Umfeld Niemals jemanden Empfehlen Dann fang doch mit Warhammer an Also mit Warhammer 40.000 Also ich spiel's selber Es ist quasi der Hauptpunkt unseres Kanals Aber Es ist nicht einsteigerfreundlich Nicht im Ansatz Genau das Es ist nur einsteigerfreundlich Und Was noch viel schlimmer ist Als einsteigerfreundlich oder nicht Es ist Sehr schnell sehr frustrierend Oh ja So und das ist das Das ist glaube ich eher das Problem Weshalb Wo die Stärke bei den Specialist Games liegt Weil dadurch dass die Dass sie entweder komplett auf Spaß ausgelegt sind Also ne Blood Bowl und Alles immer Es ist so So whimsy Bier und Brezel Genau Bier und Brezel statt kompetitiv Genau so komplett Und das ist auch alles Immer so übertrieben Und so witzig beschrieben Und sowas Selbst auch Selbst wenn du dir Also der Corpse Grinder Kalt im Necromunder Ich meine der ist auch Sehr grimdark Aber Irgendwo haben die ja auch wieder Diesen typischen Dieses verrückte Warhammer 40.000 Ding wo du dir einfach Wo du auch so ein bisschen Schmunzeln musst Ja So Und Ja Das heißt wenn da irgendwas passiert Dann ist das irgendwie noch Dann ist das irgendwie witzig Aber wenn du einfach Dann deine ersten 500 Punkte Zusammen hast Du hast deine ersten 250 Euro Dafür ausgegeben Und dann Spielst du halt eine Runde 40.000 Und Ja Also ich kann mir jetzt Ich kann mir wirklich nicht vorstellen Dass daraus eine Erfahrung Geht Wo ich sage Ey Da Boah Tabletop ist die beste Sache der Welt Ja vor allem In welchem Hobby machst du das denn auch Das ist ja auch Eigentlich ist es total hirnrissig Zu sagen Ja wenn du das dann starten willst Musst du erstmal so viel Geld Und Zeit investieren Und hast sehr wahrscheinlich Eine frustrierende Erfahrung Sagen wir jetzt einfach mal Ich will anfangen Tennis zu spielen Dann gehe ich doch auch erstmal irgendwo hin Leih mir Equipment oder sowas Oder kaufe mir nur einen Schläger oder so Und probiere es mal aus Und gehe nicht hin Und kaufe mir direkt Eine Clubmitgliedschaft Komplett Ausrüstung Mit den richtigen Klamotten Und alles Und gebe quasi das ganze Geld aus Nur um festzustellen Dass ich zwei linke Füße habe Und zu dumm In Tennis zu spielen So Ich taste mich doch auch erstmal ran Bevor ich So viel investiere Um ein Hobby anzufangen Und das ist ja nichts anderes So dann fange ich lieber mit etwas Kleinerem an Gucke Liegt es mir überhaupt Macht es mir Spaß Kann ich irgendwie eine Affinität dafür entwickeln Ja Vielleicht merkt man ja auch nur Durch eine 20 Euro Underworlds Band Dass ich einfach tierisch Spaß habe Diese Modelle zu bemalen Und dann male ich nur Und dann male ich nur Oder merke Boah das macht mir so viel Spaß zum Spielen Ähm Dann mache ich mir jetzt zur Lebensaufgabe Jedes Raw My Underworlds Team zu bemalen Und zu sammeln Und dann damit zu zocken Oder halt auch nicht Das muss man halt für sich entdecken Aber ich glaube es ist halt auch einfach inzwischen Sehr utopisch Immer von Games Workshop gedacht Mit diesen riesen Starterboxen Und hey du hast noch nie was mit dem Hobby zu tun gehabt Bitteschön Mach Ich glaube auch tatsächlich nicht Dass diese Starterboxen sich An Hobby Einsteiger Also an Tabletop Hobby Einsteiger richten Die richten sich an Leute Die sie längst haben Ja Also gerade Das was sich an Einsteiger richtet Sind jetzt aktuell diese Heftserien Ja Weil die halt wirklich den niederschwelligen Einstieg bieten Ja Und du halt aufgrund dieser Praktisch regelmäßigen Vergleichsweise geringen Kosten Merkst du halt nicht Dass du am Ende trotzdem 800 Euro ausgegeben hast Das ist einfach ein psychologisches Ding Ja Insofern sind die Heftreihen Tatsächlich das Produkt Wo ich sage Das ist wirklich auch Einsteigerfreundlich In der Art Wie sie es auch didaktisch aufbauen Die regulären Startboxen Ob das jetzt die Vorherrschaftsbox Für Age of Sigma ist Ob das die Indomitusbox Für 40k ist Oder auch die verschiedenen Großen regulären Einsteigerboxen Ja Die werden als Einsteigerboxen Vermarktet Aber Einstieg in die aktuelle Edition Oder in dieses System Nicht Einstieg ins Tabletop Ja Das ist es halt Ja ich bin da halt immer nur so ein bisschen Noch vorbelastet Weil es ist nun mal halt Eben als ehemaliger Games Workshop Mitarbeiter Die wird von der Firma halt wirklich eingeprügelt Das ist das Produkt Auch nicht die kleine Box Keine Start Collecting Nix Das ist die Box Ja Die du jedem Der noch nie Tabletop gesehen hast Und in deinen Laden reinkommt Verkaufen willst Natürlich Und Das ist halt wirklich etwas Was ich rückblickend sage Ich nicht verstehe Ich verstehe es tatsächlich Aus einer Controlling Sicht Also aus einer reinen Kaufmännischen Sicht Ja natürlich Da schon Daraus ergibt das Sinn Und Wir brauchen uns halt nichts vormachen GW ist nicht der große Satan Das ist halt Nein GW ist scheiße Das ist halt so ein Bullshit Argument Wo ich sage Das funktioniert vorne und hinten nicht Wenn man auch eine ansatzweise Differenziert gucken will Aber GW Sind halt auch nicht Ach wir möchten viel für Das Hobby und die Community tun GW ist ein börsennotierter Konzern Am Ende des Tages zählt Die Aktionäre müssen zufrieden sein Die Zahlen fürs Quartal müssen stimmen Und Sie sind tatsächlich ja auch wirklich so ehrlich Wenn man mal von der Games Workshop.com Seite weg geht Also dem Webshop Und sich die Website anguckt Die an Analysten gerichtet ist An Investoren gerichtet ist Und da guckt Wie ist das Selbstbild von Games Workshop Das was sie auch in jedem Halbjahres- und in jedem Jahresbericht Vorne als Präambel drin haben Sie sind ein Miniaturenhersteller Sie sind kein Spielehersteller Das sagen sie sogar sehr explizit Wir stellen Figuren her und verkaufen Figuren Die Spiele sind für uns das Verkaufsmittel für die Figuren Ja Wenn man sich das ins Gedächtnis ruft Und da auch nicht sagt Ach das ist böse Was es nicht ist Dann Kriegt man glaube ich Einen deutlich entspannteren Und emotional distanzierteren Blick Auf das Ganze Und dann sieht man halt auch so Ey dieses Du musst diese Box verkaufen Ja Weil da halt Figuren drin sind Nicht weil da irgendwie Das Spiel damit promotet wird Und halt viele Figuren Und natürlich sind die Einstiegsboxen Verglichen mit dem Kram Mit dem was du bezahlst Wenn du sie später einzeln holst Sind sie natürlich rabattiert Brauchen wir auch keine Diskussion anfangen Aber wir brauchen halt auch nicht so tun Als ob Games Workshop Tatsächlich einen wirklich guten Einstieg ins Hobby bieten will Sie wollen Dass die Leute alles aus einer Hand kriegen Das bieten sie Weil Farben Malmaterial Figuren Spiele Das komplette Programm Aber sie sind In sich In dem was sie an Produkten anbieten Nicht der gute Einstieg ins Tablethau Sie sind ein großer Platz Und du kommst nicht an ihnen vorbei Wenn du neu einsteigen willst Weil sie sind diejenigen Die präsent sind Ja Ja das ist es halt Was ja auch nicht negativ sein muss Ich meine wenn sie das nicht tun würden Würden eventuell auch sehr viel weniger Leute Darauf aufmerksam werden Ich meine Wie viele Leute kennen Infinity Genau Aber das kennst du nur Weil du halt auch irgendwie Den Einstieg ins Hobby bieten Schon drin bist Ja Aber das Jetzt ist aber das Ding Also wir haben jetzt gesagt Okay eigentlich ist der Einstieg Bei Also eigentlich ist auch der Einstieg Bei einem Specialist Game schwierig Aber bei Gerade bei den Hauptsystemen Ist der Einstieg auf jeden Fall schwieriger Und kostenintensiver Ja Jetzt stellt sich mir aber die Frage Warum Hat dann Warhammer So einen Zuwachs Also Das heißt Geht da jetzt jeder hin Und Und Wirft einfach eine Hail Mary Mit seinem Portemonnaie Oder Was passiert da Was glaube ich Ganz ganz viel mitspielt Und da ist Games Workshop Sehr sehr gut drin Sie sind Haben mittlerweile Seit ein paar Jahren Kriegen sie es hin Verstärkt hin Gute Geschichten zu erzählen Und damit kriegen sie die Leute Also Grimdark ist immer noch An so vielen Ebenen völlig absurd Brauchen wir überhaupt nicht diskutieren Und wenn du versuchst Da einen realistischen Blick drauf zu legen Wirst du irre bei Das darfst du auch nicht machen Wie war es Promi Die Prometriumflamme Genau Exakt Also das sind so Absurditäten Die nochmal So dieses alte Augenzwinkern Reinschmeißen Aber Games Workshop Schafft es Mit ihren Recht ikonischen Designs Auch mit den ganzen Artworks Ob das jetzt die Boxcovers sind Ob das Artworks In den In den Kodexbüchern und Co. sind Und auch mit dem Wie sie Geschichten schreiben Und auch Geschichten aufbauen Das ist nicht immer Gutes Storytelling Weil an vielen Stellen Sind diese großen Geschichten Völlig konsequenzlos Für Die Storyline Aber sie schaffen es Dass die Geschichten Für Leute Die reinschnuppern Und die die Beschreibungen lesen Interessant wirken Und sie haben natürlich Buzzwords Wo so der 14-jährige Kellerkind-Nerd Negativ das jetzt Formuliert sein mag Die Beschreibung Trifft mittlerweile Zum Glück Wirklich nur noch Auf den Bruchteil Der Leute zu Die ins Hobby reinsteigen Das ist so Eher rückblickend Auf meine Einstiegszeiten Wo ich selber dann auch Zu den Kellerkind-Nerds Gehört habe Sie schaffen es Mit den Schlagwörtern Die sie reinbringen Und diesen Überlebensgroßen Helden De facto Superhelden Das spricht Ganz ganz viele Leute an Also das Wenn ich jetzt sage Leute die irgendwie Die Marvel-Filme Gucken Irgendwie Endgame Wo irgendwie die Avengers Thanos Den Arsch aufreißen Und diese große Schlacht aus Endgame Irgendwie da visualisiert wird Ja Und dann kommt jemand Und sieht halt Ein Bild Orks 40k Orks Gegen Space Marines Du bist natürlich Hast du eine unterbewusste Assoziation Die läuft Okay Das ist so eine große Geschichte Mit überlebensgroßen Helden Mit Superhelden Mit viel Explosionen Und Krachbumm Und in meinem Kopf Läuft der Soundtrack Und ich sitze nicht nur Im Kinosessel Sondern ich habe es praktisch Haptisch vor mir Und ich kann Teil davon sein Im weitesten Sinne Weil ich die Helden steuere Oder halt die bösen steuere Und damit kriegen sie glaube ich Auf so einer emotionalen Ebene So die In Anführungsstrichen Großen Geschichten Erzählt Und damit kriegen sie Ganz ganz viele Leute Also Und mittlerweile sind einfach auch Mit Leuten wie Dan Abnett Und Dembski Boden Haben sie auch einfach Romanautoren Die nicht nur schon Die im Endeffekt Nicht nur Groschenromane Produzieren Sondern die wirklich auch Geschichten erzählen Wo du gefesselt bleibst Die Gowns Ghosts Romane Was habe ich Abnett gehasst Als der im dritten Band Einer mittlerweile Ich glaube Zwölfbändigen Reihe Eine Figur umgelegt hat Die du unglaublich schnell Lieb gewonnen hast Ich habe das Buch In die Ecke gefordert Und gesagt Ich lese nicht weiter Das kann der nicht bringen Also sie haben Autoren Die es schaffen Dass der Leser Oder der Konsument Einen Bezug dazu aufbaut Und dieser Bezug Ist auf das Universum Auf das Spieluniversum bezogen Und damit hat er Einen emotionalen Bezug Auch zu diesem Tabletop Universum Und ganz ehrlich Die Leute haben doch Die Gowns Ghosts Bock Mit den Charaktermodellen Die hat sich verkauft Wie geschnitten Brot Nicht weil die Modelle Jetzt herausragend gut waren Sie waren derselbe Extrem gute Standard Den Games Workshop Immer produziert Aber die Leute Haben sie gekauft Weil sie einen emotionalen Bezug Zu diesen Charakteren haben Ja Also Aber das ist ja jetzt Quasi alles So für die Leute Die jetzt praktisch Schon im Hobby drin sind Ja So quasi Die Geschichten Natürlich jetzt Dieses Visuelle Wenn die mal so ein Bild Davon sehen Aber ich meine jetzt So dieser Schritt Dass da wirklich Ein Neuansteiger Hat sich dann doch Für 40.000 Entscheidet Oder liegt das Vielleicht sogar an uns Nicht genau Genau das wollte ich Nämlich mal aufgreifen Ich glaube der Grund Warum Games Workshop Auch gerade immer mehr Diesen Höhenflug hat Ist tatsächlich nicht Games Workshops Eigener Verdienst Sag ich mal Sondern es ist tatsächlich Social Media Also ich sag mal Einen großen Teil Wird tatsächlich auch Corona Tatsächlich dazu beigetragen haben Weil alleine aus unserer Community Auf dem Discord Server Und wenn Leute neu dazukommen Ich höre In gut 80% der Fälle Ja ich hab das früher mal gemacht Und ja wegen Corona Hatte ich wieder Zeit Da hab ich gedacht Kram ich mal wieder Aus dem Keller raus Dann hast du halt einfach Uns alle Influencer Die ganzen Leute Die Content produzieren Weil es ist nun mal halt so Wenn du als Tabletop Content Creator Die meiste Viewerschaft Abgreifen möchtest Machst du was mit Games Workshop Unbestritten Ist kein Geheimnis Ja Was natürlich eine riesige Promotion Für Games Workshop ist Wofür sie selber Nicht mal was tun müssen Außer großartige Modelle produzieren Weil ich natürlich auch lieber Ein zum Beispiel Mal Tutorial Mit einem richtig schön Detaillierten Modell mache Als mit halt einem Nicht so schön detaillierten Was dann wieder Werbung Für Games Workshop ist Oder auch alleine sowas wie Die Geschichte mit Henry Cavill Der Warhammer spielt Der das Ganze Extrem gepusht hat Was der an die Leute In dieses Hobby ziehen wird Es ist unglaublich Es ist völlig absurd Und das ist jetzt halt Erst die Spitze des Eisbergs Gerade jetzt wo dieses Nerdtum Dieses Oh wir sitzen da Und bemalen Kleine Figürchen Ähm Ein bisschen mehr Normal wird Weil halt eben solche Leute Wie Henry Cavill Das machen Und dieses Bild Des Kellerkindes Das da sitzt Und das Hobby macht Weg geht Eben durch Social Media Durch Leute Die zeigen Hey ich mache das Und Da haben wir dann Den 14-jährigen Chat Genau Der Fußball spielt Und Tarotop macht Ganz genau Und auch alleine Dass ich sag mal Auch diese ganzen Superhelden Sachen Hier Marvel Avengers etc Die haben ja auch schon Dazu beigetragen Dass sowas Nerdigeres Viel normaler wird Wenn ich mir jetzt zum Beispiel Alte Folgen von Big Bang Theory Angucke Wo die halt in den Comicbuchläden sind Und halt Comics lesen Das ist inzwischen total normal geworden Das wird in den nächsten Jahren Mit Tabletop auch immer mehr passieren Und Games Workshop hat halt da Einfach diese Pole Position Das Es kennt halt jeder schon Der sich damit auskennt Weil es nun mal halt schon Seit zig Jahren besteht Es ist einfach das Älteste Tabletop überhaupt Es gibt noch einen Zusatzfaktor Bei der ganzen Nummer Ähm Das merke ich so ein bisschen An meiner eigenen Generation Ich gehöre so zu der Generation Ja die hatten dann irgendwann Zuhause in den 90ern Schon ein Computer stehen Haben dann Computerspiele gezockt Aber ich bin halt als Kind Klassisch mit Brettspielen Aufgewachsen Also mit einem sehr sehr analogen Hobby für Kinder und Jugendliche Meine Generation Wir arbeiten mittlerweile seit So zwei Jahrzehnten Haben teilweise eigene Kinder Haben das was man im Englischen So schön als disposable income bezeichnet Sozusagen verfügbares Einkommen Was nicht zwingend Für die Notwendigkeiten drauf geht Und viele Eltern sagen Ja ich möchte eigentlich nicht Dass mein Kind den ganzen Tag Vor der Konsole hängt Am Handy hängt Vor dem Computer hängt Und die wachsen aber irgendwann Aus den klassischen Kinderbrettspielen raus Und dann hat Tabletop Und da natürlich Games Workshop Weil sie am leichtesten Verfügbar sind Den Vorteil Die stellen diese analoge Erfahrung Wo die Eltern dann sagen können So ja Dann sitzt der Papa halt mit Irgendwie der Tochter Oder dem Sohn Und dann bemalen die zusammen Figuren Das erlebe ich so ein bisschen In meiner Filterbubble Und auch auf Instagram vermehrt Dass teilweise auch Profimaler Irgendwie dann ab und zu teilen Dass irgendwie jetzt die Tochter Der Sohn mit am Maltisch sitzt In seinem Büro Und selber irgendwie Figuren bepinselt Oder hier das ADHS-Kreativprojekt Was es ja gibt Die halt Kinder Die mit Tabletop Gar nichts zu tun haben Und die halt So das Thema Konzentration Etc Sowieso als Krankheitsbild Weiß nicht, wie man es so bezeichnen kann Dafür kenne ich zu wenig aus Dass der da den Ansatz hat Da gibt es etwas Da haben Kinder Spaß dran Weil es ein kreativer Anteil ist Das Malen Und sie finden einen Weg Sich auf was zu konzentrieren Also es hat Im weitesten Sinne Einen therapeutischen Ansatz Absolut Ich erlebe das bei den Kindern Von Freunden von uns Mit denen wir sehr viel Brettspiele spielen Wo auch der Papa Ein bisschen Spaß am Bemalen hat Und ab und zu mal So ein bisschen pinselt Ganz ehrlich Wenn ich mir den kleinen Sohn Von denen angucke Wenn der dürfte Hätte der ständig Papas Figuren in den Händen Ja Also wir hatten auch damals Im Laden eine Mutter Mit einem Kind Das auch ADHS hatte Und sie meinte auch Sie haben alles an Therapien probiert Und er konnte sich wirklich Nicht fünf Minuten Hinsetzen und konzentrieren Und dann haben sie Das Hobby zufällig entdeckt Weil sie in der Innenstadt Am Laden vorbeigelaufen sind Und der Sohn sitzt Drei Stunden Am Schreibtisch Und malt seine Figuren an Konzentriert Und es ist einfach Eine so tolle Therapie Aber was du halt auch sagst Viele Eltern sagen halt Ja bei der ganzen Digitalisierung Ist es halt einfach mal Schön ein Hobby zu haben Wo man aber was Handwerkliches Und Kreatives hat Und auch etwas Wo man rausgehen muss Wieder sich mit Leuten treffen Es gibt ja auch immer Diese lustigen Bilder Früher mussten die Mutter Das Kind reinziehen Oh du kommst jetzt wieder rein Und jetzt müssen die Mutter Die Kinder rausziehen Mit du gehst jetzt mal draußen spielen Also aber dann ist es ja jetzt so Ich versuche jetzt gerade wieder Zum eigentlichen Thema Die Brücke zu schlagen Und zwar Aber dadurch Dass man praktisch dann Einerseits als Influencer Halt einfach sehr viel Mit den Hauptsystemen macht Weil die halt dann meint Also es ist ja im Endeffekt Wie so ein Kreis So ein Kreislauf Du kommst damit Eigentlich in Kontakt Weil du zum Beispiel Mit deinem Vater malst Weil du irgendwie im Internet Auf irgendwelche Videos triffst Von irgendwelchen Influencern Oder du halt im Store bist Und du malst ja dann da Kein Wansar an Im Store Oder du malst dann eine Figur Der Hauptsysteme Die kostenlosen Testminis Genau Und wahrscheinlich ist es dann Einfach so Du bist dann halt auch Eher zum Hauptsystem hingezogen Weil es gibt den größten Content Zu den Hauptsystemen Es gibt quasi die größte Spielerschaft Und so Und da ist einfach am meisten los Es ist wie Also ich habe so das Gefühl Das fühlt sich so ein bisschen an Als ob du Letzten Endes Hast du Ganz viele verschiedene Burgerland Und die sind alle nebeneinander Und jeder Burger Ist eigentlich richtig gut Aber Dann ist da Quasi noch In der Mitte Ist aber einfach Meckes Und Meckes Ist einfach Ist halt Sind die Hauptsysteme Und Jeder Arsch Geht halt Irgendwann mal zu Meckes Also kannst du mir sagen Was du willst Aber jeder Jeder Ist die letzten Jahre Auf jeden Fall mal Bei McDonalds gewesen Hat es vielleicht nicht Irgendjemandem erzählt War so eine kleine Guilty Pleasure Und war so Ey Meckes mach ich nicht Ess ich nicht Ich finde gerade den Wenn auch von dir Nicht beabsichtigt Einen recht harten Diss in Richtung Games Workshop Echt nützlich Es ist halt praktisch Einfach so Für die breite Masse Und es ist halt auch einfach Diese Bekanntheit Und so was Und natürlich gibt es da Den geilen Den geilen Burger Wo du weißt Das ist 100% Bio Bio Rind Und die Soßen Super lecker Und mega gut Gegrillt Und so was Aber dann Wenn du nun mal Mit drei Freunden Nach dem Trinken Unterwegs bist Dann landest du Trotzdem letzten Endes Bei McDonalds Und halt nicht Irgendwie Du weißt halt genau Du kriegst das standardisierte Industrieprodukt Und du weißt Was du bekommst Genau Du weißt Dass es schmeckt Zumindest in deinem In deiner Trunkenheit Und sind wir auch mal Ehrlich so schlimm Ist es jetzt auch nicht Genau Aber Du weißt halt Was du kriegst Und ich finde Und das ist eigentlich So das Ding Und dann Beginnt halt dieser Zyklus Weil dann bist du Weil Du bist dann praktisch so Dann bist du vielleicht So bei McDonalds Und dann denkst du dir Nach McDonalds Boah Da fühlst du dich Wieder richtig schlecht Dann bist du wieder so Oh warum habe ich denn McDonalds gegessen Das nächste Mal Gehe ich zum Guten Und also beim Nee Beim nächsten Mal Will ich was anderes Und dann beginnt dieser Zyklus Dass du dir dann Einfach ein Nebensystem Weil du willst ja immer noch Burger Du gehst ja jetzt nicht hin Und sagst so Ah ich will jetzt eine Pizza essen Oder sowas Pizza wäre zum Beispiel jetzt Infinity oder sowas Sondern ich bleibe bei meinen Burgern Weil da habe ich auch Gute Vergleichswerte Ja Weil es ist ja immer noch Immer Rind Was da auf meinem Burger ist Und dann Dann teste ich mich da durch Und das ist auch alles cool Aber ich merke halt so Die Karte ist vielleicht nicht so groß Oder es gibt nicht überall den Laden Und dann Dann kommt wieder der Abend Wo ich viel zu viel getrunken habe Und mit meinen ganzen Freunden Wieder Wieder einmal im Jahr Beim Mac-Is lande Ich finde den Vergleich gerade so schön Weil es ja auch Mac-Is überall gibt Aber nicht überall So omnipräsent Wie im Hobby Games Workshop Das ist ja absolut Das ist tatsächlich ein sehr schöner Vergleich Dann stellt sich mir jetzt gerade Wenn wir die Analogie Mal weiterführen Heißt das in Asien Gibt es kein McDonalds Dann gibt es halt so Ganz viel Streetfood Ja Ich komme jetzt tatsächlich drauf Das ist ein bisschen ein Abschweifen Ich gucke mir die Geschäftsberichte Von Games Workshop immer an Wenn sie rauskommen Weil sie tatsächlich Eine Menge darüber aussagen A. Wie erfolgreich ist das Unternehmen B. In welche Richtung Entwickeln sie sich auch Also wo liegt der Fokus Und wie Also welche In Anführungsstrichen Nebenzweige Was Einkommen angeht Arbeiten sie aus Und man muss tatsächlich sagen Europa und Nordamerika Sind die Haupteinnahmestandorte Australien geht so In Australien ist der Kram Einfach absurd teuer Wenn wir glauben Games Workshop wäre teuer Man könnte keine australischen Preise sehen Aber ganz kurz dazu Weil da kostet ja Wie viel Wahrscheinlich eine Box Marines 90 US-Dollar oder so Nicht US-Dollar Australischen Dollar Wie ist denn da Der Durchschnittslohn Das kann ich dir tatsächlich Nicht sagen Müsste ich Australische Bekannte Von mir mal fragen Wieso der Standard Ich glaube in Australien Der Mindestlohn Sind glaube ich 20 australische Dollar Weil das ist mal Eher dann auch Aber wenn die Fragen Die Lebenshaltungskosten Im Schnitt sind Ja Oder Ikea Index Sich den angucken Ikea Index Es gibt einmal Es gibt einmal den Big Mac Index Um zu gucken sozusagen In einem Land Was Kaufkraft angeht Was kostet in dem Land Der Big Mac von McDonalds Ah Oder eine Box Vaisers Und tatsächlich Und der Der Billy Index Für dieses Billy Regal Von Ikea Was kostet in dem Land Dieses Ikea Regal Was halt ein Standardprodukt ist Und daran Können tatsächlich Analysten Und Statistiker Ausrechnen Wie hoch ist Der Lebensstandard Wie hoch ist die Kaufkraft In dem jeweiligen Land Abhängig Von einem sehr standardisierten Weltweit verfügbaren Produkt Aber ich dachte Dass in Australien Gerade die Preise Von Games Workshop Produkten Auch nochmal höher sind Vor allem wegen Dem Shipping dahin Ja 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 absolut Also sie haben Ihr Shipping Hub Für den pazifischen Raum Das ist in Australien Aber sie müssen Den ganzen Kram Weil sie Inhouse In UK produzieren Statt von China Nach Europa Von Europa Nach Australien Verschiffen Ja Und interessant ist An der Stelle Tatsächlich Games Workshop Hat im letzten Bericht Die haben Knapp 200 Millionen Euro Umsatz gemacht Das ist eine Ansage Für einen Konzern Der Größe Ist das viel Hast du da mal So einen Vergleichswert Damit man sich So vorstellen kann Wie viel jetzt Ich weiß auch nicht Irgendwas Was man auch so kennt Müsste ich tatsächlich Nachsehen Habe ich jetzt Aus dem Kopf Habe ich keine Zahlen Die ich jetzt liefern könnte Aber man muss sagen Jetzt die aktuellen Zahlen Das ist das zweiterfolgreichste Jahr der Firmengeschichte Und GW gibt es Seit den frühen 80ern Ja gut Also 2020 war das beste Jahr Der Firmengeschichte Also die Pandemie hat Games Workshop gut getan Ja Und aber um auf die Den ursprünglichen Punkt Zurück zu kommen An diesen fast 200 Millionen Euro Umsatz Hat der asiatische Raum Gerade mal 12 Millionen Euro Anteil Das bedeutet Es ist halt nicht mal Ein Prozent Anteil am Unternehmensvolumen Weil sie den kompletten Asiatischen Markt De facto noch nicht Erschlossen haben Die sind gerade Sehr vorsichtig dabei Einen Fuß In den chinesischen Markt zu kriegen Und China ist einfach Immer ein schwieriger Markt Repressives System Westliches Unternehmen Du musst immer aufpassen Dass die nicht einfach sagen Kannst dich direkt wieder verpissen Aber China hat doch auch so Probleme Zum Beispiel mit Darstellung Von Totenschädeln Und wenn ich mir jetzt Warmer-Modelle angucke Gibt es kein Warmer-Modell Mit gefühlt drei Totenschädeln Richtig Aber sie kriegen da den Fuß In die Tür Über die Videospiele Ah Damit sind die Lizenzen bekannt Die Leute gewöhnen sich So ein Stück weit dran Es ist ein Sehr offensichtlich Unglaublich Fiktionalisiertes Universum Hat also auch entsprechend Keinerlei Realbezug Der irgendwie wahrnehmbar ist Für jemanden Der sich dafür interessiert Und damit kriegen sie Also sie umgehen die Zensur nicht Weil Da gucken natürlich Die chinesischen Behörden Gucken natürlich Welche Produkte genehmigen sie Also sie geben da auch Keine Blankogenehmigung Alles ist okay Und der Games Workshop In ihrem Geschäftsbericht geschrieben Ich glaube sie haben mittlerweile Um die 350 Produkte Aus ihrer Produktrange Die sozusagen Das Zulassungssiegel Der Chinesen bekommen haben Und sie arbeiten dran Das halt zu erweitern Aber die Chinesen Sagen halt nicht so Ja wir haben uns jetzt Zwei von euren Produkten angeguckt Es geht alles klar Das findet nicht statt Da sind sie schon deutlich hinterher Und entsprechend müssen sie Natürlich ihren Marketing Ihren Vertrieb etc. Auch anpassen Auf das Was sie auf dem chinesischen Markt Auftreiben können Und auch der Pazifik Anrainerstaaten Das sind alles Einigermaßen unerschlossene Märkte Und das sind halt mittlerweile Viele wichtige Schwellenländer Beziehungsweise mit Japan Hast du einen Einen der großen Industriestaaten Wo Games Workshop Bisher nicht wirklich präsent ist Die haben zwar Einzelprodukte Wie diese Sammlerboxen Wo du irgendwie Im Zufallsmodus Irgendwie Death Guard Beziehungsweise Space Marines Drin hattest Was halt den Japanischen Markt Bewusst anspricht Weil die einfach Auf so ein Zeug stehen Nicht umsonst Kommen Sachen wie Pokémon und Co Aus Japan Aber so der klassische Tabletop Bereich Ist da halt Noch gar nicht so sehr Thema Womit sie glaube ich Einen Fuß in die Tür kriegen Ist mit dem Tau Weil Mekas Mekas gehen halt Von Japan immer Und wenn sie darüber Das Tor aufstoßen Zu ihrem Gesamt Franchise Kann sich da was entwickeln Wie sich es entwickelt War es glaube ich Aktuell noch keiner Man sieht aber In den Geschäftsberichten Dass die In den Themenbereich Richtig investieren Sie haben zum Beispiel Das hatten sie ursprünglich Outgesourced Die Übersetzung Ihrer ganzen Regeln Etc Ins kantonesische Haben sie jetzt in-house Das bedeutet Sie haben Leute eingestellt Die ihre Spiele Ins kantonesische übersetzen Für den chinesischen Markt Das auf jeden Fall Und da ist tatsächlich Ich glaube da müssen sie Tatsächlich gucken Wie einsteigerfreundlich Sie das machen Weil sie da einen Markt Vollkommen neu aufmachen müssen Dass sie brauchen Ein niederschwelliges Angebot Um die Leute reinzuziehen Wenn sie die Leute einmal haben Easy peasy Ja ja dann ist das Wir kennen alle den Sog des Hobbys Ja ja das auf jeden Fall Wenn es ein Markt Wo Tabletop noch gar nicht Relevant ist Oder bekannt ist Da brauchen sie ein Produkt Wo die Leute das Gefühl haben Ich komme leicht rein Ich bin damit nicht überfordert Es ist Das Äquivalent zu Ich installiere und spiele Und spiele los Und kriege ein Tutorial Und dann kann ich einfach spielen Aber genau da Das brauchen sie Da könnten ja die Nebensysteme einschlagen Also ich denke jetzt zum Beispiel mal An ganz typisch japanisch Highschools Clubaktivitäten Ja Es gibt Kunstclubs Es gibt Gamingclubs Ja teilweise auch inzwischen In Oberschulen in Japan Warum nicht auch Tabletopclubs Die dann halt da am Nachmittag sitzen Und wollen mal Underworld spielen Und ich meine Games Workshop hat ja bereits Ein System Platziert Also hier in Europa Wo sie ja genau so Aktivitäten an Schulen Etc unterstützen Genau Und wenn sie das auf Asien ausrollen Weil es genau der Mentalität entspricht Das würde perfekt passen Das ist der Punkt Wo es funktioniert Wo sie den Einstieg hinkriegen Wo die Leute niederschwellig dazukommen Und dann hängen sie einmal im Netz der Spinne Ja Aber es würde ja eigentlich generell richtig krass Wenn der asiatische Markt wirklich dazukommen sollte Alleine Was wir dann für Krass bemalte Modelle In ein paar Jahren sehen werden Oh ja Klasse Das klischeehafte asiatische Overachievement Achievement Ja also weil ich denke Man hat einfach so Also nicht nur einfach nur Wegen Klischee Sondern viel eher Weil da eine So große Masse An Leuten Quasi Da reingespült werden In das Hobby Da wird ja wohl einer dabei sein Ich würde sagen Die breite Masse werden wir nicht sehen Wir werden dann diejenigen sehen Die auf der Ebene Jarhead Also Roman Lappert Ja Unterwegs sind Weil die werden international bekannt werden Vor allem Es ist jetzt nicht so Dass die Asiaten überhaupt nichts Mit Miniaturbemannung etc. Zu tun haben Es gibt ja genug japanische Künstler Die schon in dem Scaling Sachen machen Allein auch diese ganzen Gundams Die ja auch bemalt Und verkauft werden Historische Dioramen Ja also da gibt es genug Leute Die quasi eh schon Das in der Art machen Die da perfekte Voraussetzungen für hätten Da richtig tolle Sachen zu machen Genau Und dann noch Die letzte Brücke zu schlagen Und werden dann Diese toll bemalten Modelle Werden das Hauptsystem Oder Nebensystemmodelle sein Kommt aufs Einzelmodell an Würde ich tatsächlich sagen Ein Modell wie jetzt Für die Vansars von Necromunda Dieser Spider-Combat-Suit Also dieser Mech Den die de facto haben Der wird glaube ich Gerade weil es so ein paar Klischees anspricht Und erfüllt Ich glaube der wird Relativ Würde relativ schnell irgendwie In grandios bemalt auftauchen Der nächste Schritt sind dann Knights Titan Und Dreadnoughts Gerade der Elder Knight Und von da aus Gerade der Elder Knight Ja Das wollte ich sagen Der Elder Knight Der Elder Titan Die sind dann die Sachen Die die Centerpieces werden Die sprechen Bestimmtes kulturelles Klischee Und eine Erwartungshaltung an Und dann kommen wir glaube ich Zu den Sachen Die eher westlich orientiert sind In der Visualisierung Wie klassische Imperial Knights Und so ein Zeug Bisher ist der Fokus Der Systeme Natürlich ganz stark Auf den klassischen USA und Europa Ausgerichtet Bei Age of Sigmar Bin ich gespannt Weil das tatsächlich Komplett weg ist Von dem was man kennt Warhammer Fantasy Battles Hätte ich gesagt In der alten Version Keine Chance Auf dem chinesischen Markt Weil es völlig Europa zentristisch ist Mit Total War Warhammer Jetzt mit dem neuen Kartai Chinesischer Markt Tür offen Die Sache ist Was Games Workshop Natürlich auch gut Mit Age of Sigmar Gemacht hat ist Sie haben ja auch Mit einem bestimmten Hintergedanken Die alte Welt eingestampft Und diese neue Welt erschaffen Nämlich Die alte Welt war halt Sehr eingefahren Du konntest halt Nicht mehr viel Neues dazu bringen Bei Age of Sigmar Kannst du halt theoretisch Jederzeit sagen Neues Realmgeld geöffnet Neue Welt Neue Fraktion Die man noch nie vorher Gesehen hat Ploppt auf einmal auf Tada Es ist halt sehr viel flexibler Das heißt sie könnten Einfach aus dem Boden Wie sie auch zum Beispiel Den Bone Reapern gemacht haben Klar die sind so ein bisschen Chemie angehaucht Aber du könntest Theoretisch jederzeit Ein komplett optisch Neues Volk Aus dem Boden stampfen Um irgendwelche Bestimmten Gruppen Gezielt anzusprechen Und es würde niemand Anzweifeln Das stimmt Weil Ja mein Gott Es hat passiert Sie haben sich Platz geschaffen Sie können wieder experimentieren Ja Warhammer Fantasy Battles Hatte sich zum Schluss In eine Sackgasse geschrieben Ja Da war vorbei Insofern Ich nehme dir bis heute nicht übel Dass sie ein System Was sich nicht mehr verkauft hat Weil alle Spieler Hatten mittlerweile Vier komplette Armeen Dass sie das irgendwann dicht gemacht haben Ganz ehrlich Ja ist schade für die Leute Die sagen Das System lebt nur so lange Wie es neuen Kram kriegt Aber Du kannst es weiter spielen Wenn du das Zeug zu Hause hast Und keine Firma Wird ein Produkt weiter supporten Was keinen Also nicht mal mehr Relevante Umsätze bringt Von Gewinn gar nicht zu reden Und wer weiß Was sie mit Old World Noch machen Vielleicht stellen sie damit Die alten Leute Auch wieder was Zufrieden nach Ja damit werden sie Eine Menge Leute zurückholen Ja Ist das dann Ist dann Old World Auch ein Specialist Game Das wird ein Specialist aus Ich gehe nicht davon aus Dass sie ein drittes Hauptsystem Etablieren Weil dann Kannibalisieren sie sich selber Ich wollte gerade sagen Dann entwerten sie ja auch Age of Sigma Da habe ich jetzt aber wieder Angst Dass wenn man dann Das Specialist Game anfängt Wieder zu dem Was du am Anfang gesagt hast Man kriegt die Karten nicht Man kriegt die Sachen nicht Man muss eine Portschuld Ganz ehrlich Ich würde mit sowas rechnen Also die Skepsis Aus der Erfahrung heraus Sagt mir Das Risiko besteht Also da habe ich Wirklich jetzt schon Angst Und ich glaube Das ist auch einer Der größten Gründe Weshalb die Hauptsysteme Irgendwie Weirderweise Dann vielleicht doch Einsteigerfreundlicher sind Weil das Produkt Immer kriegst Es kommt halt drauf an Wie gesagt Du darfst halt auch Specialist Game Die Specialist Game vergleichen Wie gesagt Riesiger Unterschied Allein in Warmer Underworlds Gegenüber Necromunda Underworlds hast du nichts Von Forgeworld Du brauchst nicht viele Sachen Du kriegst auch Eigentlich weitestgehend Sachen die du brauchst Klar Die alten Bands und Karten Kriegt man nicht mehr Aber die sind ja auch nicht Zweifels ohne nötig Du kriegst ja trotzdem Wieder nicht alles Ja gut Also Sachen von Vor 4 Seasons Laufen halt irgendwann aus Und die Modelle Kannst du halt immer noch Irgendwo kriegen Theoretisch Nicht unbedingt bei GW Aber die Karten sind ja Ehe abgelaufen Aber es geht einfach nur darum Es ist nicht alles erhältlich Das stimmt Das ist das Thema Das ist halt so wie Wenn du jetzt Keine Ahnung Total War Warmer 3 Rausgebracht hättest Und gesagt hättest Ja um eine große Kampagne Zu spielen brauchst du Den zweiten und den ersten Teil Den ersten Teil kannst du aber Nicht mehr kaufen Ja genau Dann könntest du den nur noch Irgendwie Becrackt runterladen Oder sowas Wäre halt auch doof Deswegen da hast du auf jeden Fall Diese Vollständigkeit Die auf jeden Fall Die glaube ich auch einfach Mehr Sicherheit gibt Ja Und ich glaube das ist tatsächlich Ein Schlusswort Was ganz gut funktioniert Weil wir uns mehr und mehr In Nebenschauplätzen Ja genau Die zwar alle spannend sind Aber wenn wir damit weitermachen Sitzen wir hier noch in drei Stunden Und ich verpasse meinen Zug Ja das stimmt Aber das ist ein schönes Schlusswort Die Hauptsysteme sind deswegen Einsteigerfreundlich Weil sie die komplette Produktpalette bieten Nicht weil sie als Spieleinsteigerfreundlich sind Ich glaube das ist eine gute Zusammenfassung Ja Das glaube ich auch Insofern bleibt mir nur Mich bei euch zu bedanken A für das In Anführungsstrichen Beherbergen Zweitens für die Gelegenheit Dass wir sozusagen auch mal Den Blickwinkel bei uns Außerhalb von unserem Kernteam Irgendwie mal kriegen Weil irgendwann hast du ja dann doch So eine Filterblase Die nur noch intern Pingpong spielt Und ich bin schwer dafür Dass wir das A wiederholen Sehr gerne Also A erstens diese Talks Und zweitens irgendwie auch Mehr miteinander machen Weil ich glaube ich Euer Kanal und unserer Sich in den Furki Ganz gut ergänzen Auf jeden Fall Und ich glaube Wir müssen mal gucken Wie und wann wir das hinkriegen Weil unser Kanalteam So weit verstreut ist Aber ihr müsst dann umgekehrt Mal zu uns zu Besuch kommen Sehr gerne Ja Können wir auf jeden Fall mal machen Und dann machen wir auch Irgendwas richtig cooles Genau Das glaube ich auch Gut Dann bleibt mir nur zu sagen An euch da draußen Vielen Dank fürs Zusehen Ich hoffe ihr fandet das interessant Gebt uns wie immer Feedback Seht ihr das ähnlich? Sagt ihr Ja nee 40k ist doch total Einsteigerfreundlich Weil Bitte mit Begründung Nicht einfach nur ein Weil hinsetzen Oder ihr sagt Okay Ihr habt einen Blickwinkel Den wir einfach hier im Gespräch Übersehen haben Was ja sein kann Wir sind auch nicht allwissend Und insofern Danke fürs Zusehen Bis zum nächsten Mal Und tschüss Tschüss Tschüss